Der digitale Wandel kommt nicht so einfach. Wir gestalten ihn. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung im Bildungsbereich. Auf wen werden was für Systeme eigentlich angewendet? Es gibt den Menschen und eine Maschine, die zusammenwirken und miteinander besser sind, eigentlich besser performen als jedes einzelne Element alleine. Aber diese Systeme werden tatsächlich verwendet und haben einen massiven Einfluss auf die weitere Biografie dieser Menschen. Und ich denke jetzt nicht an die sogenannten Querdenker. Ich denke an ein vernunftbasiertes, informiertes und kritisches Abwägen von Positionen und Gegenpositionen. Und da müssen wir uns fragen, haben wir die Technologie, die wir brauchen? Und brauchen wir die Technologie, die wir haben? Und wie kommen wir letztlich zu einer Technologie, die wir wirklich haben wollen? Und da müssen wir die Technologie, die wir brauchen.